Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Seit wann kann sie nichts mehr sehen? Seit eben, auf dem Klo Stimmt das? Mach einmal die Augen auf Mach die Augen auf, komm! Du sollst die Augen aufmachen, Herrgott, noch mal. Wie soll ich denn so sehen, was dir fehlt? In Ordnung, Eva. Wenn du die Augen jetzt nicht aufmachst, dann gehen wir alle weg und du bleibst allein hier sitzen. Kommt. Frau Lehrerin. Ja? Ich kann nichts sehen. Schau mich mal an. Siehst du mich? Das auch nicht? Nein. Was? Was, was? Was siehst du nicht? Was, was siehst du nicht? Okay. Vielen Dank.